hallo und willkommen zurück bei lego city undercover und ja wir sind jetzt also im gefängnis kann mir den alarm auslösen nur kaputt machen so wir müssen darüber hier haben wir noch einen super stein ja ihr seid frei freunde ab nach hause so dann boxen wir mal ein bisschen er ist schwer das muss jucken meine beine sind schlaff das ist natürlich ein argument nicht in den gefängnishof nicht schlecht man kann sie richtig gut mit die worte geblieben jungs so ein paar richtig fiese typen haben uns weggenommen total nicht nett war das wenn ich euch den ball bringe lasst ihr mich dann rein kein interesse dir das nicht zu versprechen doppelte verneinung das enttäuscht mich jetzt aber so also jetzt müssen wir den basketball beschaffen und dann kommen wir bei unserem freund da rein auch hier ist die sandburg oder nein schade kaffee kochen können wir auch noch nicht so hier können wir also über das ist auch noch gesperrt hier kommen wir nicht hoch natürlich wissen im gefängnis und er will saft wer kennt es nicht jetzt erst mal einen saft so was bauen wir hier schön ist aber wieder so ein mega sprung so was haben wir denn hier aber hier müssen wir runter so das sind also die harten jungs ich gehe davon aus wir müssen sie verprügeln jetzt gibt es der tracht prügel ich mache ich fertig ich habe gedacht wir müssen sie nur verprügeln aber anscheinend mussten wir sind doch noch verhaften den gefangenen wurde ein baseball gespulen finde ihn ok im baseball haben wir gefunden ich weiß nicht was diese komische rüttelplatte hier ist aber nur verkleidung mit einem feuerlischer ok so jungs unser ball na gut wir lassen sich rein so ich hoffe wir können hier noch ein bisschen rumlaufen vorher kommen wir haben drei würfe was jetzt müssen wir drücken kreis jawohl wir haben so schön angefangen aber leider wieder kein goldener stein also ein bisschen basketball am morgen vertreibt kummer und sorgen bei den gefangenen hier drin geht es gar nicht so schlecht so jetzt gehen wir hier bei unseren freuen könnte schon sein kleiner ich bin chase man sagt du wirst es was über rex fury der schuldet mir war es ist ein fluchthelfer warst wie kommst du denn darauf rex war mein bester kunde bis er verschwand schuldet mir noch kohle für weißt du wie schwer es ist so ein ding hier rein zu schmuggeln ich kann es mir vorstellen das fällt mir ein vorsicht mit haywoods neuen wagen geht klar blue wie ist rex denn ausgebrochen das fragt sich hier jeder aber keiner darf in seine zelle um sich umzuschauen nicht mal die polizei da ist doch was faul wir wollen beide das rex hier wieder auftaucht ich hätte da eine idee besorgt mir ein paar sachen aus dem schrank in meiner zelle ich rufe dich dann an das ist ein großer man erlaubt uns hier drin keine handy ist das handy ist da drin gibt eine nummer ein das gute alte handy croissant werken funktioniert mir ist übel nein nein ich bin nicht freeman seine anwälte sehen das vielleicht was ist denn los hey wird gefällt dir der neuer wagen nicht sind alle wohl mehr verfressen wie dass sie drauf schauen ja so ein polizeiauto im magen könnte sich doch schon negativ für die verdauung auswirken unser verrückter freund schreiereien in sicht spezialauftrag 2 oh hier scheint er die party nicht zu proben oder schief ist auch da oder oder sieht er nur so aus so wir müssen jetzt also sechs verbrecher wieder einfangen ich denke das dürfen wir schaffen anscheinend verbrennig wenn ich an feuer kommen da hier hallo meins war ein kinderspiel das dürfte nummer zwei nummer drei sein hier ist ja jede menge los das lächst dann du 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 wahrscheinlich wie jeder hier drin wer kennt es nicht jeder ist mal unschuldig es werden wahrscheinlich auch unschuldigen knast sitzen aber ich glaube von denen hier gehört hier keiner nach wie vor müssen wir wie gesagt das rätsel und rex für jetzt durch deinem anwalt so haben wir jetzt hier alles klein gehackt ja ich könnte mich gleich um dich moment noch bin ich am sammeln so dass wir dann auch nummer sechs ich müsste da die zelle eines häftlings überprüfen oder so ähnlich der ist fast so lang hier wie ich gibt mir immer ein stück vom kuchen den seine mutter back auch wenn der komisch schmeckt wahrscheinlich die pfeile ich mache ein dickerchen muss geistig rege bleiben daher mache ich viel pro tag nicht abbrechen sollen wir haben freigeschaltet schießt mit den räuber als räuber können wir so sachen aufbrechen du warst in der zelle ja ok schnell jetzt es sind wachen in der nähe wenn du die ausrüstung hast musst du dir zugang zum büro des direktors verschaffen wie bitte das ist der einzige weg in rex zelle warte das ist blut der spricht mit seinem gebäck total durchgeknallt ok los jetzt die tür befindet sich auf der rechten seite des zweiten stocks und dann hoffen wir mal dass der direktor nicht da ist kriegen wir hin aber ich muss hier beim legospiel an viel zu viel denken zu viele orte zu viele charaktere die zu viele aussagen ja aber wenn wir es angezeigt bekommen denke ich können wir das bekommen wir das so hier haben wir erst mal wieder ein hinweis ich bin kein schlechter kerl ich beweise es dir wenn du mich gehen lässt daraus wird wohl nix mein freund ok das können wir jetzt hier mit dem werter auch machen das schon mal nicht schlecht das können wir hier machen da brauche ich die karte für ok gar nicht übertrieben doch mit laser strahlen das gute ist wir bekommen es jetzt also angezeigt dann ist das kein problem dann kann man immer hier rum switchen ein roten stein haben wir so können wir da als polizisten können wir hier jetzt haben sie uns gegrillt die frage ist jetzt was müssen wir denn jetzt machen da kommen wir also nirgends durch da müssen wir aber durch ich glaube ich sehe aktuell den fehler nicht den wir beheben müssen wir müssen auf jeden fall hier vorbei aber ich habe es gesehen die wand kann man einschlagen da da muss man erst mal drauf kommen ich habe da vielleicht müssen wir irgendwie strom abschalten aber so perplex ist das spiel dann doch nicht auf jeden fall brauchen sie danach einen neuen innen architekten wenn wir fertig sind aber ich mag die spiele er hast immer viel zu lachen bei dem spiel ist mal richtig witzig gemacht schön dass alles so transparent hier ist auch das büro des direktors hauptsache mal glaswände was müssen wir jetzt hier machen ok hey So, ich gehe mal von aus. Die Laser werden jetzt ausgeschaltet. Jawohl. Akku leer. Na, ich glaube, das war jetzt nicht die beste Idee. Er ist der Geist. Ich glaube es eher nicht. Ich würde sagen, nein. Sie mag uns. Wäre auch wieder so eine geile Geschichte, wenn sie nachher mit uns gehen würde. Und ihm sitzen lassen würde. Ich fände es sehr lustig. So müssen wir die hier wieder einfangen. Musik ist aber doch sehr entspannend hier drin. Das schöne ist Munta Monika Solo. So, hier können wir noch nichts machen. Oh, sie haben sogar ein Eiswagen. Jetzt ein Eis. Das wäre doch auch was Schönes. Wobei es bei uns gerade viertel vor einem nachts ist. Aber ein Eis kann man eigentlich immer essen. Oh, jetzt kommt schon wieder ein bisschen actionreichere Musik. Jetzt nicht mehr. Ist das hier Rex Zelle? Oh nein, ist der Fahrstuhl, oder? Ah nein, hier geht es erst zum... Ah, hier ist das Büro. Ich habe mich schon gewundert, was das andere sein sollte. Oh, ich glaube, er geht jetzt erst mal sein großes Geschäft erledigen. Klar, wieso sollte er auch keinen Geheimgang zu einer Zelle haben? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Ah, warum hat er so ein Bult in seinem Büro? Hier werden Steuergelder verbrannt in Lego City. Haben wir es schon geschafft? Geil. Ein guter Bulle, Trophäe erhalten. Ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Das war jetzt keine Absicht. So, bevor wir jetzt aber die Zelle versperren, werden wir jetzt wieder hier alles kaputt machen. Wie immer. Na gut, solange der gute Herr Professor jetzt mal seinem großen Geschäft nachgeht, können wir ruhig sein Büro hier mal auf den Kopf stellen. Wieso auch nicht, ne? Hinten hatten wir noch einen Hinweis. Oh, wieder einen neuen Häftling. Cool. Er hat da auf jeden Fall einen gesunden Stuhlgang. Er bekommt nämlich gar nichts mit. Eingesperrt auf dem Scheißhaus. Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dambi. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein. Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Also, er steckt mit Wax Fury unter einer Decke. So, so. Die da. Man kann es nicht kaputt machen. Schade. Fast ja nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Nur ver... Spiel ja keine von ihnen ab. Geh mal nicht auf die Nerven. So, wo müssen wir... Ah, okay. Was ist da draußen los? Ja, der Tunnelgräber. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Hm. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Ich glaube ja nicht. Wir haben es kaputt gemacht. So. Ja gut, je nach... Je nachdem, was der für ein Häufchen gemacht hat, kann ich das verstehen, dass er frische Luft braucht. So, dann suchen wir mal die Zelle nach Hinweisen. Da muss die Zelle von Rex sein. Wirklich? Der hat ja eine geilere Zelle wie ein Haus. Hier ist es. Guck mal, der hat sogar Besuch. Ein Boxer und Gewichte? Na toll. Wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. Boah, die Sankt. Ein versteckter Knopf. Hm, das hier war schon mal gar nicht so schlecht. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Ich bin unschlagbar! Ja, ich sehe es. So, dann haben wir das schon mal, aber ich würde dann sagen, machen wir... Oh, warte. So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja, wow. Die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Hm. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Werden wir auf jeden Fall tun. So. Und ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.